Hallöchen Leute, hier ist DocSol, Leute, DocSol, 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 ja, und ja, es geht mal wieder nach, auch lange Zeit mal wieder weiter mit Yoshi's Island, Comic Ranch, ein Hack, ja, ein Hack. Und wir machen da jetzt weiter, wie man sieht schon hier im Hintergrund, wie man schon sieht hier im Hintergrund, hier ist schon weiter, ich bin schon, ich hab das ja auch erklärt, meine Daten, wo ich nicht weiß, gelöscht ist, wo ich jetzt halt bei der Datei reinsteigen kann, und wir sehen das jetzt mal stehen geblieben, wie wir haben, wie du siehst, und man hat jetzt einfach hier weiter, ich muss das mal in die Steuerung erreichen, doch, doch, nee, mal ein bisschen, schon, come to you, sprechen wir euch mal, undṣourd, dasouchen mal, jetzt nicht mal so, ich hab das jetzt mit der D die Stoffe in der Mitte der Welt 6 Prozent in letzten Nettel Kostmann also gut von Ende die anderen ist nicht noch nicht die ganze Zeit im Kopf bleibt das Leben bis dahin weiter spüren jetzt natürlich auch ist es für mich ein bisschen klein weil Prozessin Prozent Prozent Miro Prozent Ok dann Wichtigkeit Spielekotz alles Ich bin Spielekotz alles Ich bin Spielekotz alles Ich bin Spiele Yoshi Irgendwas Eigentlich Ich bin Fugeloff 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 Oh eine roten Münze Wow Wow You can't die Ja ich rede mal wieder englisch Uuuum WAHHHH WAHHHH I don´t Einen WUAH Oh das ist denn das Hintaiver Stopp O D Geek Prozent der Orte Arne Arne und wir kommen zu einer weiteren Folge Steinscheißen die Schmied eben auch noch mal wieder mit einem geschenksten Stadtränen ab die Sitzung und wir sind ganz klein gestanden das ist ja schon sehr besitzt werden nicht die Leise in der Züge Akronen die Erkennung spielen bei jedem ich bin mal wieder da kommt noch weiter warte oh no ich bin ich bin ich bin der riesengroß warte mal das kann man schaffen das kann man vielleicht etwas wenig ich bin ich mach das ich mach das ich hab das ooooh nimm das m ooooh oh ne oh nein what the ich hab gespeichert also wie gesagt ich hab mich kaum woran das in der Luft ooooh 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 ich hab mich nicht ooooh 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 die 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 schädig die 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 er hat mich der erste bis dahin auch mit in der haare das hauen da was soll wir haben und mit dem und das kenne ich noch ich glaube ich bin ich meistens immer zu karte, die wird geblüht. Ich glaube ich bin meistens immer zu karte, die wird geblüht. Geh genau wegen dem, die bin ich immer verblüht worden. Genau. Hab ich immer nie gewusst, wie ich so weiter geht, weil ich nicht mehr... Dann hab ich mir merkt, dass man das Ding ist. Ich hab recht gut. You must die! Okay, darf ich noch, darf ich noch. Wo, 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 wo. Du hässliches Teil! Ja komm, ich... Ich möchte selbst nur rauszuschauen. So was ich mach mal nicht. Das ist, komm. 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 Oh, okay. Ich hab... Haaaah, ich bin nur auf Ultima-Kirke. Achso, das ist nicht echt. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist ein Kill-Wong-Kirke. A-Hill. 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 ich schaue wir haben jetzt sie es gibt ich habe ich ein ich habe ein Felser gefeuert äh so ja ich habe jetzt kochen besser ein Skor und was kommt jetzt? ich glaube nicht diese dinge jetzt ich habe mich dran ich habe mich dran aus dem stamm ich habe ich habe keine Eier ich habe keine Eier ich habe nur noch zwei Eier oh Trafungsgeld kommt schon ja ich ja das war das ja okay da war es doch nicht ja genau das ist und zwar um die Erkrankten sie hat da oben ein Teil es ist ein Hinweis und zwar da würde ich immer dann gehen was in den nächsten Abschnitt um zum Beispiel dass sie jetzt in den Teil in der Beine die 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 Stadler 3 dass ich sprechen Polo und die Beine und die 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 aber auch das war nicht und aber das ist nicht nur aber ich habe zu nutzen Prozent muss ich jetzt hier Prozent Warum mach ich das mal? Oh, oh, boah! Uuuh, ich wollte auch weg. Äh, die sind nicht sicher. Ja, entschuldigung. ein von eine ein mit der dritten erlernt und und die 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 und die ja genau das ist das ich glaub ich hier kommt nicht genau halt die Krassel holy shit ne komm 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 und mach mal rein hey wo war hier der Schlüssel dummes Ei kann doch nicht rein ja ich sag schon das wo war hier das Ei wo bin ich dran äh Ei? Schlüssel mein ich Mann der Schalter der Schalter der Schalter des Todes ja ich hab nicht dann muss ich das Ding hier hinschieben und dann auf den Schalter dann und dann muss ich warten bis es gelter ah ne jetzt weiß ich es wieder ich hab' ich hab' ich ich hab' 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 ja ein Cent Wiedemann wird ein Cent reichen Prozent Prozent und er hat den Ort der Röhrer Prozent Prozent und dann haben wir den Zweckenschlüssel das das und jetzt mal aus und ist ich werde es nicht speichern aus ich glaube ich weiß es sind drei ich glaube ich kann sie mehr äh ja und zum 2 ein bisschen oder eigentlich reichen hier ist Arie hier ist Arie gehen wir aber nicht ja ja man braucht alles ja ok gut dann gehen wir mal wieder da rein und und die 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 das ist nicht zu tun d d man die die so Sprecherin auch Prozent das war es jetzt Prozent Prozent die Erscher hat erster Erscher die Oh, oh, oh! Halt dich! Ich kann dich ja so unterschicken, aber dich nie! Aber das ist nicht gut! Ich muss dich jetzt teilen was einfach noches gelöst! Hopp, 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 na komm! Naargh! Los, geh! Stopp, Abi! Ach, nix, nix! Ach, nix, nix! Warte, mach ich glaub ich musst dich hier umdrehen, ne? Prozent nicht mein Dinger her Prozent aber ich bin nicht nur die Hälfte Prozent der Schlüssel da ist der Schlüssel und das müssen sie auch Ok. Doch. Bitte. Nein, ich mach natürlich schon noch weiter. Also, das ist schon nicht der Einzelste von mir zu sehen. Und hier hab ich jetzt gerade wieder Bock auf das Spiel bekommen. Ok, Leute, dann würde ich sagen, ist ab hier erstmal Schluss. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter hier. Äh, ja, wie sehen uns eigentlich dann wieder da bei den drei Toren wieder? Da kann ich bis dahin mit ihm spielen. Also bis zum nächsten Mal, äh, euer, hm, euer, ja, euer Tag soll 1.08. bis zum nächsten Mal, tschillele.